Hatta ist Gangster-Rapper. Das ist kein Klischee, sondern sein Leben. Diebstahl, Körperverletzungen, Drogenhandel und sogar ein Goldraub. Dafür muss er ins Gefängnis. Mittlerweile verdient er sein Geld auf legalem Weg. Doch das Leben auf der Straße hat ihn geprägt. Was ich definitiv von den Straßengeschäften mitgenommen habe, ist die Konfidenz, das Selbstbewusstsein. Heute ist er ein erfolgreicher Musiker. Hat sein eigenes Plattenlabel und sein Leben umgekrempelt. Ist er jetzt ein Vorbild für die Jugend? Guck mal, ich bin in den 80er, 90ern aufgewachsen und da gab es noch nicht so viele Role Models, also Vorbilder, die aus den Brennpunkten kamen und es vielleicht als Musikstars geschafft haben oder als Sportstars in Deutschland. Er hat es geschafft. Mehrere Top-Hits und drei Alben auf Platz 1. Er fördert neue Künstler, wird Gastronom, verkauft orientalisches Essen und jetzt sogar noch sein eigenes Eis. Vom Verbrecher zum angesehenen Geschäftsmann. Wir haben viele Fragen und die verspricht er uns zu beantworten. Unser Redakteur Metehan Vastan darf ihn einen ganzen Tag überall hin begleiten. Und das bis in die Nacht. Das erste Treffen ist nicht etwa in einem Studio, sondern bei einem Supermarkt. Denn Jata hat neben seinem Musikbusiness ein kleines Köfte-Imperium aufgebaut. Das sind orientalische Frikadellen. Er hat nicht nur ein eigenes Restaurant und ein Franchise-System. Er verkauft seine Produkte auch im Handel. Muss das jetzt wirklich jeder Rapper haben oder Musiker jetzt irgendwie noch bei dir Köfte? Dann gibt es ja manche Leute verkaufen Eistee und sonst anderes Zeug. Muss das jetzt unbedingt sein? Also ob das sein muss, weiß ich nicht. Bei mir hat es die Geschichte, bei vielen anderen auch so. Und warum nicht? Also ich denke, es ist ein kultureller Change am Laufen so. Und meiner Meinung nach können Rapper, die kulturellen Einfluss haben, gerne alles machen, sodass du bald nur noch Produkte von Rappern hier siehst. Warum soll es nicht so sein? Ich gönne es jedem so. Wenn es funktioniert, wenn es schmeckt, wenn es passt, gerne. Sein echter Name ist Jiva Hajabi. Er wird am 24. Dezember 1981 im Iran geboren und ist kurdischer Abstammung. Seine Eltern sind politisch aktiv und nehmen laut Khattar an den Freiheitskämpfen der kurdischen Bevölkerung teil. Später fliegt die Familie in den Irak. Dort werden sie unter dem damaligen Herrscher Saddam Hussein eingesperrt. Mit nur drei Jahren muss Khattar das erste Mal ins Gefängnis. Dank einer Menschenrechtsorganisation schaffen er und seine Familie die Flucht und komme 1985 in Bonn am Brüserberg an. 37 Jahre später lebt Khattar mit seiner Familie immer noch in Deutschland. Und er wird erkannt. Schnell ein Selfie mit einem Fan. Die Zeit nimmt er sich immer. Auf einem großen Parkplatz angekommen, gibt es erstmal eine Portion Lärm. Jugendliche fahren mit ihren Motocrossrädern um uns herum. Diese sind Teil des Musikvideos. Als dann unser Kameramann auf sein eigenes Gefährt aufsteigt, packt es sich Khattar. Gefällt dir das von unserem Kameramann? Äh, nee, das ist nicht von ihm. Ich hab das gleiche auf. Du hast es auch? Spaß. Fast hätte er es uns abgeknüpft. Aber die Zeit hat er ja hinter sich. Wir fragen einen seiner jungen Künstler, wie das Verhältnis zwischen ihm und Khattar ist. Vorbildfunktion vom Rap her, von der Musik her, und auch alles, was er im Business geschafft hat, das ist revolutionär für uns. Wir sind ein Teil davon. Das ist einfach nur beeindruckend. Aber der Weg dorthin ist steinig. Obwohl seine Eltern Akademiker sind und er auf das Gymnasium geht, gibt es ein Problem, das immer wieder auftritt. Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. Khattar wird immer der Assi genannt und entscheidet sich dazu, der Assi zu sein. Delikte wie Diebstahl oder Körperverletzungen führen dazu, dass er für drei Wochen in den Jugendarrest muss. Das zweite Mal Gefängnis. Mit nur 14 Jahren. Aber das erste Mal ist es die eigene Schuld. Fragen wir mal nach, wen er für seine kriminelle Vergangenheit verantwortlich macht. Das war alles immer meine Schuld, meine eigene Schuld, weil ich es selber entschieden habe. Ich kann es nicht auf irgendetwas anderes schieben. Ich hatte immer die Wahl dazu und habe mich oft, nicht immer, aber oft dann für den kriminellen Weg entschieden. In manchen Momenten war es, weil es meiner Ansicht nach einfach komfortabler war, wo ich dann immer eines Besseren belehrt wurde. Guck mal, ich bin in den 80er, 90ern aufgewachsen so und da gab es noch nicht so viele Role Models, also Vorbilder, die aus den Brennpunkten kamen und es vielleicht als Musikstars geschafft haben oder als Sportstars in Deutschland so. In seinen Texten und Videos verarbeitet Hata genau das. Seine Vergangenheit, seine Probleme und seine Entscheidungen. Richtige, aber auch falsche. Sein erstes Soloalbum, Alles oder Nix, kommt auf den Index. Es darf seit 2010 nicht mehr an Personen unter 18 Jahren verkauft werden. Laut Jugendschutz ist es verrohend und ruft zur Gewalt auf. Wie steht er heute zu seinen alten Texten? Ja, ich würde auch ungern, dass Kinder, meine Kinder alte Texte von mir hören, aber ich weiß, die werden es sowieso hören irgendwie, Internet vergisst nie, aber ganz ehrlich, ich bin da schmerzfrei. Das ist halt die Wahrheit so und so habe ich angefangen zu rappen, das hat seine Gründe gehabt und das ist Rap so und je erwachsener ich geworden bin, desto erwachsener sind die Texte geworden und dazu stehe ich auch. Nach seiner Zeit im Jugendarrest beginnt Hata mit dem Drogendeal. Als er wegen des Verdachts auf Drogenhandel gesucht wird, zieht er nach London und studiert ab 2005 International Business und Music Business an der Metropolitan University. 2007 kehrt Hata nach Deutschland zurück. Sein Haftbefehl wird wegen Mangel an Beweisen aufgehoben. Ab jetzt will er mit seiner Musik durchstarten. Vom Drogendealer zum Musiker. Wir erkennen eine Parallele zum US-Rapper Jay-Z. Heute ist er einer der einflussreichsten Menschen im Musikbusiness. Er hat in seiner Jugend mit Drogen gedient und in einem Interview gab er zu, dass genau diese Zeit seinen Geschäftssinn geprägt hat. Wir fragen Hata, ob es bei ihm ähnlich ist. Was ich definitiv von den Straßengeschäften mitgenommen habe, ist die Konfidenz, das Selbstbewusstsein, die sehr wichtig ist für das richtige Geschäft in der legalen Welt, weil die Angst vor Niederlagen und Insolvenzen oder Pleitegehen sehr signifikant sein kann, sehr entscheidend für dein Handeln generell. Anfangs ist Hip-Hop-Szenemusik für bestimmte Gruppen und für die ist es eine Ausdrucksmöglichkeit. Heute ist das Mainstream. Das zeigen die Zahlen. Waren es 2010 nur knapp unter 2 Prozent, hatte 2020 Hip-Hop in Deutschland einen Anteil von 18,6 Prozent am Gesamtumsatz der Musikindustrie. Nach dem Dreh geht es zurück zu seinem Label. Und auch das gehört zum Geschäft dazu. Neues Outfit und die Orga der nächsten Tage. Wann kommt das Video? Am Sonntag. Welches Video sind wir? Von Timo. Wo ich drinne bin. Genau, wo heute der Video ist. Dann zu den Filmrechten. Wer von unseren Künstlern hat alles Musik in diesem Film? See you. Hatta. Ever. Ever. Wie hältst du das ganze Zeug in deinem Kopf eigentlich? Ich halte es gar nicht in meinem Kopf, Bro. Gar nicht. Gar nicht. Also das hat jetzt vier Wochen gedauert, bis wir dieses Gespräch haben. Genau. Deswegen müssen wir auch einmal gucken, dass er einmal zwischen. Genau. Mit den Damen sind wir jetzt zwischen. Wir warten, bis das Meeting zu Ende ist und wollen dann von Khatars Kollegen wissen, wie schwer es ist, ihn zu erwischen. Man muss sehr ehrgeizig sein und da sehr hinterher sein. Aber mit dem richtigen Ehrgeiz und der richtigen Strategie kriegt man den guten Mann auf jeden Fall. Er kann das. Er ist einer der wenigen, der das kann. Die anderen haben zu viel. Hartnäckig bleiben und es gibt auch keine Limits beim Anrufen. Also wer nach zweimal anrufen denkt, jetzt rufe ich lieber nicht an, der liegt auf jeden Fall falsch. Also nach 12, 13 Mal kriegt man den auch ans Telefon. Heute hat er ein Team, das ihn unterstützt. Anfangs ist das anders. Obwohl es im Jahr 2009 musikalisch gut läuft, häuft er eine Menge Schulden an. Dazu geht ein Drogendeal schief. Deswegen entschließt sich Hata zu einem spektakulären Raub. Und dieser macht ihn weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Er überfällt zusammen mit weiteren Personen einen Goldtransporter. Sie verkleiden sich dabei als Polizeibeamte der Steuerfahndung. Und die beiden Fahrer schöpfen viel zu spät einen Verdacht. Ihre Beute soll ca. 1,8 Millionen Euro wert sein. Nach dem Raub setzt sich Hata nach Afghanistan ab. Dort nimmt ihn aber der dortige Geheimdienst fest. 2010 kommt es zu seiner Auslieferung nach Deutschland. 2011 legt er ein Geständnis ab und wird im selben Jahr am 21. Dezember zu 8 Jahren Haft verurteilt. Am 5. Dezember 2014 wird er vorzeitig aus dem Gefängnis unter anderem wegen guter Führung entlassen. Ein Teil der Beute fehlt bis heute. So sagt er es dem Gericht und auch uns. Und jetzt geht es schnell weiter. Es gibt noch ein Fotoshoot für sein neues Eis. Das hatte er zunächst in Brennpunkten verteilt als Charity-Aktion für die Jugendlichen dort. Und auch für ihn ist das wichtig, den Kontakt zu seiner Basis nicht zu verlieren. Es ist sehr wichtig, immer wieder was zurückzugeben. Denn ich war auch mal, also ich hatte auch meine Kindheit, meine Jugend, wo ich da war im Ghetto oder im sozialen Bremdpunkt und Menschen gesehen habe, die vielleicht was geschafft haben, gar nicht so medienmäßig, aber sonst was geschafft haben und nicht zurückgeguckt haben und nicht wiedergekommen sind, um vielleicht mal zu sprechen, um vielleicht mal zu erklären, ey, der Weg geht oder so. Das war kein gutes Gefühl, aber wenn Menschen zurückgekommen sind, war das ein riesengroßes Gefühl. Und das sind Sachen, die prägen. Also die haben mich geprägt als Kind und ich hoffe, dass ich das bei vielen anderen Kindern und Jugendlichen auch schaffen kann. So sieht Jata seine Rolle. Und wie sieht es Cero El Mero? Der ist seit drei Jahren bei ihm unter Vertrag. Er hat mir geholfen, meinen Traum zu verwirklichen, hat mich sehr dabei unterstützt, an mich geglaubt. Er ruft ab und zu an, fragt, hey, wie läuft's? Gibt es irgendwelche Probleme? Du kannst mit mir über alles sprechen. Er ist auch, also für mich ist er sowas wie ein Onkel und man fühlt sich auch wohl und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Deshalb, wir sind privat im Kontakt, er achtet auch drauf und wenn mal was Dummes sein sollte, dann sagt er auch, hey, pass mal auf, ich zieh dir die Ohren lang. Keine Dummheiten machen und nicht seine Fehler wiederholen. Und noch eine Sache sollen seine Schützlinge immer im Blick behalten. Wenn die noch in der Schule sind, und es da noch Chancen gibt, dann supporten wir das sehr. Also wir haben dann auch Kontakt zu den Schulen. Wir haben auch duale Studiengänge, die wir anbieten und da haben wir Kontakt zu den Unis, aber auch Ausbildungen bieten wir an. Da haben wir natürlich Kontakt zu den jeweiligen Berufsschulen oder dem Arbeitsamt, um das Ding mit den Kids zu ziehen. Und das Geile ist, muss ich sagen, das Gute ist, dass sowas Ausbildungen und sowas angeht, das hat natürlich Attraktivität bei uns für Jungs oder Mädels, die jetzt aus Brennpunkten kommen, weil es ein Musikgame ist so, aber die nehmen das in den meisten Fällen sehr ernst und es funktioniert auch so. 2015 schreibt und veröffentlicht er seine Biografie. Fatih Akin, Regisseur und Golden Globe-Preisträger, verfilmen Khattas Lebensgeschichte. Muss das neben Musik, Köfte und Eis auch noch sein? Also es ist jetzt nicht so, dass ich danach darum gebuhlt habe oder danach so, weißt du, darum gebettelt habe, dass ein Film gedreht wird, aber ich glaube, das ist eine logische Konsequenz, aus dem auch was passiert ist. So die Bedingungen dafür, dass Fatih das gemacht hat, mir war halt, dass es sein Film ist, das sehr kritisch wird mir gegenüber. Das wird verrückt. Das wird sehr, sehr verrückt. Ich muss auf jeden Fall in der Zeit, wo der Film rauskommt, nach Cayman Islands oder so, ich keine Ahnung, wann er ist. Rheingold heißt der Film. Oktober kommt er in die Kinos und laut Khattas sollen Geheimnisse zum Goldraub ans Licht kommen. Und jetzt zurück zum Label. Khattas lädt uns zum Essen ein. Es steht zwar alles bereit, aber er besteht darauf zu servieren. Momentan ist kein Musikgenre in Deutschland so erfolgreich wie Hip-Hop. 2021 besteht die Top 5 der meistgehörten männlichen Künstler auf Spotify nur aus Deutschrap. Die Atmosphäre bei Khattas und seinem Label wirkt eher freundschaftlich und familiär. Ist das Teil des Konzepts oder birgt das Probleme? Ja, also das ist ein schwieriges Thema. Ich habe mit der Zeit gelernt, Family geht auch, also Freunde oder man wird zu Freunden oder man ist schon sehr lange befreundet und macht Business. Das Wichtige ist, dass man das Business klar und deutlich ausspricht. Wenn man nur sagt, ok, wir sind Freunde, wir machen das schon irgendwie und dann wird man voll erfolgreich zusammen, dann fangen oft die Differenzen an. Aber wenn man irgendwie unter Freunden wirklich Verträge macht, wo überhaupt im Detail alles irgendwie besprochen ist, das sind die Freundschaften, die immer geblieben sind. Da, wo man dachte, ey, wir machen das schon irgendwie, das ist dann, weißt du, wenn die erste Mio kommt und man hat nur gesagt, das machen wir schon irgendwie, dann denkt jeder anders, hey. Der eine denkt sich, ey, der kriegt nicht die Hälfte, der andere denkt sich, ich krieg mehr als die Hälfte. Und dann fängt der Salat an. Der Tag geht langsam zu Ende und eins steht fest. Nicht viele polarisieren so wie Jata. Er hat eine kriminelle Vergangenheit. Die wird ihn ein Leben lang begleiten. Doch seine Strafen hat er abgesessen. Jetzt will er nur noch auf legalem Weg Geld verdienen. Für die Jugend hat er noch eine Message. Nimm als Ziel niemals das Geld, sondern nimm das, worauf du am meisten Bock hast und das Geld wird dich irgendwann jagen. Es gibt zwar eine Abkürzung, die kann man gehen, aber der Preis, den man dann zahlt, der ist sehr hoch. die Ereignisse, Ich bin nicht weg, Die Ereignisse,